Hallo und herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV. 118 Staaten klagen Israel und die USA an. Immer wieder wird in den westlichen Medien die Gefahr genannt, die vom Iran und seinem vermeintlichen Atomwaffenprogramm ausgehe. Beim 16. Gipfeltreffen der 118 blockfreien Staaten vom 26. bis 31. August 2012 in Teheran wurde nun ein Dokument mit 688 Punkten unterzeichnet, das ganz andere Gefahren aufzeigt. Einige Forderungen des Papiers richten sich gegen Israel und die USA. Israel wird darin unter anderem aufgerufen, die Besatzung in Palästina zu beenden. Außerdem wird Israel ausdrücklich für sein Atomwaffenarsenal verurteilt und es wird darauf hingewiesen, dass dieser Staat den Atomwaffensperrvertrag bisher noch nicht unterzeichnet hat. Die USA werden unter anderem für ihre Syrien-Politik verurteilt. Wohlgemerkt, es handelt sich hier nicht um irgendeine fanatische Splittergruppe, die dieses Papier herausgegeben hat, sondern um politische Vertreter von 118 Staaten, Repräsentanten von mehr als 50% der Weltbevölkerung. Die westliche Welt erfährt davon wenig. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass sich ein Teil der Anklagepunkte gegen Israel und die USA richtet? Das vielleicht damit zusammen, dass sich ein Teil der Anklagepunkte gegen Israel und die USA richtet? Das vielleicht dann auch in der Anklagepunkte gegen Israel und die USA zu sehen, aber es geht um in der Anklagepunkt zu lösen. Untertitelung des ZDF, 2020